Wie schlimm wird's wirklich, wenn Donald Trump wieder Präsident wird? Beziehungsweise wird's wirklich so schlimm? Es wird ja immer wahrscheinlicher, dass er der nächste Präsident wieder wird. Und viele warnen davor, dass wir dann einen Donald Trump kriegen, der noch viel skrupelloser ist, viel hemmungsloser, viel rachsüchtiger als in seiner ersten Amtszeit mit den entsprechenden Folgen. Was kommt da auf uns zu? Wird's diesmal so richtig übel? Oder ist da auch viel Hysterie und Panikmache dabei? Und auch, was heißt das Ganze für Anleger möglicherweise? Es gibt immer noch Zeitungen, die seriös sind, die versuchen, dass sie möglichst sachlich berichten und ohne große Wertung. Da gehört zum Beispiel für mich die Financial Times mit dazu. Aber manchmal, da kann auch die Financial Times einfach nicht mehr. Zum Beispiel bei den US-Wahlen jetzt. Da hat sie nämlich neulich geschrieben, Ausblick auf die größte Horrorshow 2024. Trump gegen Biden. Scheiße, da sind wir wieder. Und das denken viele andere auch. Nochmal, der Tatterkreis gegen den Geisteskranken, das darf doch alles nicht wahr sein. Und von allem anderen mal abgesehen, sie sind ja beide auch nicht mehr die Jüngsten. Oder mal anders gesagt, bei einer Papstwahl hätten sie wahrscheinlich keine Chance mehr, aber US-Präsident werden, kein Problem. Okay, letztes Jahr hat es eine Umfrage gegeben von PBS NewsHour, ob die Wähler denn glauben, dass ihre Präsidentschaftskandidaten mental noch fit genug sind für das wichtige Amt. Das sind die Werte für Joe Biden. Es ist komplett verheerend. 84% von den republikanischen Wählern sagen, der packt das mental nicht mehr. Die sind aber natürlich voreingenommen. Aber auch 69% von den unabhängigen Wählern und sogar 36% aus der eigenen Partei sagen das. Und bei Donald Trump auch nicht viel besser. 48% von den unabhängigen Wählern sagen, der ist mental nicht fit genug. Aber auch 21% aus der eigenen Partei. Und ich weiß jetzt nicht, ob es bei anderen Wahlen auch schon solche Umfragen gegeben hat. Aber wenn bei einer Präsidentschaftswahl in derart viele Wähler noch nicht mal sicher sind, ob die Kandidaten überhaupt geistig zurechnungsfähig sind, dann sagt das natürlich schon einiges aus. Über Joe Biden habe ich mich hier ja schon reichlich ausgelassen in letzter Zeit. Und zu Donald Trump, da habe ich auch ein Video gemacht, darüber, dass es eben immer wahrscheinlicher wird, dass er wieder Präsident wird. Das war allerdings jetzt schon im August letztes Jahr und war wahrscheinlich ein bisschen zu früh für das Thema. Aber inzwischen wissen wir es besser. Seit Iowa, die nächsten Kandidaten, die sind eben sehr wahrscheinlich Joe Biden und Donald Trump, so wie es im Moment aussieht. Und es sieht auch danach aus, als würde Donald Trump die Wahl auch gewinnen, wenn er bis dahin nicht im Knast steckt. Und viele in den USA, die können es natürlich gar nicht mehr erwarten, seinen Sieg. Aber viele andere haben davor auch Angst. Und zwar richtig Angst. Die sagen nämlich, in seiner ersten Amtszeit, naja, da hat er sich noch zurückgehalten. Da hat er auch viele interne Probleme noch gehabt. Aber jetzt, wo er glaubt, man hat ihm 2020 die Wahl gestohlen, seitdem ist er viel wütender geworden. Er ist radikaler geworden. Und er wird jetzt eben viel von dem, was er in seiner ersten Amtszeit nicht geschafft hat, dann jetzt gnadenlos umsetzen. Und er wird jetzt auch nicht den Fehler machen, dass er sich nochmal mit Leuten umgibt, die ihn da ausbremsen können. Und das hätte dann aber harte Konsequenzen. Zum Beispiel Streichung der US-Hilfe für die Ukraine. Dann NATO-Austritt der USA. Wir stünden also auch plötzlich ziemlich dumm da. Und im Inneren Rache an den politischen Gegnern. Ein richtiger Feldzug auch unter Einsatz des gesamten Staatsapparats, den er massiv umbauen würde, bis hin zur Errichtung einer Diktatur. Das, was er ja angeblich auch schon selber gesagt habe. Das wäre es dann also im Ernstfall mit der amerikanischen Demokratie. Okay, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, wir kennen Donald Trump schon ein bisschen. Er war ja schon vier Jahre lang dran. Und es ist damals ja auch schon vorher der Teufel an die Wand gemalt worden. Und dann hat es jeden Tag neue Aufreger gegeben. Es war gefühlt das totale Chaos. Aber irgendwie haben wir die vier Jahre dann auch überlebt. Und viele in den USA zumindest sagen, es war ja auch gar nicht so schlecht. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es einige Dinge gibt, wo Donald Trump auch Recht gehabt hat. Zum Beispiel das leidige Thema Verteidigung. Die NATO-Partner, vor allem Deutschland, die haben ja zwei Prozent von ihrem Bruttoinlandsprodukt zugesagt, immer für Verteidigungsausgaben. Und sie haben sich aber nie dran gehalten. Sie haben sich mehr oder weniger gemütlich immer von den USA beschützen lassen. Sie waren da Trittbrettfahrer, sicherheitspolitisch. Und Donald Trump hat das aber in aller Härte angesprochen und eingefordert. Und speziell das Verhältnis von ihm zu Deutschland, das war ja sehr, sehr schlecht, schon damals unter Angela Merkel. Und ob das jetzt mit ihm und Annalena Baerbock aber besser wird, mit ihrer feministischen, wertegeleiteten Außenpolitik, das kann man bezweifeln. Zum Thema Trump und Deutschland, da verweise ich dann aber auf mein Video vom August. Und wenn das alles Themen sind, die für Sie auch interessant sind, dann freue ich mich natürlich auch über Ihr Kanal-Abo. Drücken Sie dabei die Glocke, dann kriegen Sie meine Videos auch angezeigt und verpassen da auch nichts mehr. Zum Kanal-Abo geht's hier unten. Und wo Donald Trump auch Recht gehabt hat, zumindest zum Teil Recht gehabt hat, das ist das Thema Einwanderung. Die Zustände in den USA, die sind da ziemlich unhaltbar. Anscheinend gibt es wirklich 11 Millionen illegale Einwanderer oder die eben illegal im Land sind. Und die Grenze ist nach wie vor auch offen wie ein Scheunentor. Das würde hier auch keiner akzeptieren. Stellen Sie sich vor, bei uns kämen jeden Tag illegal 1000 Österreicher über die Grenze. Da wäre hier auch die Hölle los. Wobei es im Moment ja eher so ist, dass die Deutschen nach Österreich fliehen. Trotzdem ist Donald Trump für seine Einwanderungspolitik zu Recht auch kritisiert worden, weil er ja nämlich über Migranten auch so Dinge sagt, wie dass sie das Blut unseres Landes vergiften. Und er hat sie sogar mit Hannibal Lecter verglichen aus Schweigen der Lämmer. Er hetzt also die Leute bei dem Thema wahnsinnig auf und lässt sich dafür auch noch feiern. Abgesehen davon, Hannibal Lecter, das war ein hochqualifizierter Akademiker und auch in den USA gibt es ja Fachkräftemangel. Viel hingekriegt hat er mit seiner großen Mauer natürlich nicht. Hat er sonst irgendwas hingekriegt in seiner ersten Amtszeit? Außer, dass er immer geschimpft hat, getobt hat, permanent Leute neu eingestellt hat und dann wieder rausgeschmissen hat und so weiter. So wenig ist gar nicht passiert an konkreten Sachen. Kündigung vom Pariser Klimaabkommen, Kündigung vom Atomabkommen mit dem Iran, gleichzeitig eine starke pro-israelische Politik. Dann eine kurze, relativ interessante Annäherung an Nordkorea und ganz entscheidend aber natürlich auch die Wende in der China-Politik. Ein harter Handelskrieg plötzlich gegen China, was von Joe Biden dann ja übrigens weitergeführt worden ist und aber überhaupt diese ganzen unseligen Handelskriege ja auch gegen die EU damals und der Stopp auch von zwei großen Freihandelsabkommen. Kriege hat er keine angefangen, das muss man auch mal würdigen. Das war aber auch nicht notwendig. Dafür hat er ja seinen Twitter-Account gehabt. Er hat es meisterhaft verstanden die ganze Zeit, dass er droht, dass er alle aufscheucht, auch immer mit seinen Drohungen und sich damit in eine gute Position aber auch oft gebracht hat. Ich glaube nicht, dass er komplett unberechenbar ist. Ich glaube, er hat das auch kultiviert, die Unberechenbarkeit, dass das auch ein Teil von seiner Taktik ist. Und jetzt fragen sich aber eben wieder viele, was macht der Unberechenbare diesmal? Zum Beispiel im Ukraine-Krieg. Nehmen Sie hier mal nur den Artikel vom Handelsblatt. Da geht es eigentlich nur um die Ukraine-Hilfen der jetzigen US-Regierung. Da sieht es auch nicht gut aus. Aber wer ist auf dem Titelbild? Trump. Und da sieht man eben, wie er das Thema jetzt schon wieder komplett beherrscht. Donald Trump streicht die Ukraine-Hilfen. Das liest man zur Zeit überall. Interessanterweise hat er das aber gar nicht gesagt. Beziehungsweise mal sagt er natürlich, die werden radikal gestrichen. Dann sagt er aber wieder, er wird die Ukraine mit Geld und mit Waffen zuschütten. Und die bekannteste Aussage von ihm ist, er wird diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Und da sagen aber natürlich viele, naja, gut, aber der einzige Hebel dafür sind natürlich die Ukraine-Hilfen. Was man vor allem aber sieht, das ist, wie er eben jetzt international schon wieder Druck aufbaut, obwohl er ja noch gar kein politisches Amt hat, sondern obwohl er meistens in Mar-de-Lago sitzt und Golf spielt. Und das Gleiche mit dem NATO-Austritt natürlich. Alle sagen, das könnte jetzt kommen. Nur er sagt das irgendwie nicht. Er hat das zumindest im Wahlkampf jetzt nicht mehr großartig gesagt. Und so einfach ist es ja auch gar nicht, so ein NATO-Austritt. Und davon abgesehen, der US-Senat, der hat letztes Jahr ja extra nochmal ein Gesetz beschlossen, das das auch erschwert, mit großer Mehrheit. Und eins ist aber natürlich trotzdem klar, Donald Trump hat keinen großen Bock auf Europa. Die sollen ihren Scheiß mal alleine machen. Er ist da Isolationist und mit ihm zusammen natürlich ein Großteil der Republikaner inzwischen. Das war unter George W. Bush noch völlig unvorstellbar. Und auch der Großteil der amerikanischen Wähler. Davor hat man hier lang die Augen verschlossen, aber das kann für uns schon durchaus nochmal unangenehm werden. Und innenpolitisch, da hat er ja schon gesagt, einen Tag lang will er Diktator sein, damit er endlich mal seine große Mauer kriegt zu Mexiko und damit er auch endlich mal wieder nach Öl bohren kann in den USA. Und dann will er ja auch noch schnell den Ukraine-Krieg beenden. Er hat also einiges vor die ersten Tage. Aber er wird natürlich nicht Diktator werden. Auch nicht für einen Tag. Nur innenpolitisch, da droht er wirklich. Da hat er die letzte große Schlacht angekündigt. Er will das Land säubern von den Medien, die ihn verraten haben, von Politikern, die ihn angeblich verraten haben. Für Mark Milley, sein Generalstabschef von damals, da hat er ja schon die Todesstrafe vorgeschlagen sogar. Und er sagt, dass er die Kommunisten, die Marxisten, die Faschisten und die linksradikalen Schurken ausrotten will wie Ungeziefer. Das klingt schon mal nicht nach einer ruhigen Zeit und auch wenn die Demokratie wahrscheinlich auch das überlebt, aber es klingt auf jeden Fall nochmal nach vier Jahren, die anstrengend werden, die nervig werden, weil es eigentlich ja doch mal wieder nur um Donald Trump geht und um seine persönlichen Feindschaften. Es geht um ihn selbst. Es geht um nichts anderes. Wie sieht es mit der Börse aus? 2016, da haben alle gesagt, wenn der Typ Präsident wird, dann brechen die Börsen ein. Was haben wir stattdessen gehabt? Wir haben eine Trump-Rallye gehabt und neue Allzeithochs. Hier ist der S&P 500 Index und markiert hier, das ist die Amtszeit von Donald Trump. Das Ganze war eine längere, übergeordnete Rallye, unterbrochen vom Corona-Crash dann 2020. Die lange Rallye ist jetzt nicht unbedingt das Verdienst von Donald Trump, aber er hat sie auch nicht abgewürgt. Auch nicht mit seinen Handelskonflikten damals. Die haben natürlich einigen Unternehmen geschadet, sie haben aber auch vielen Unternehmen wieder genutzt. und wovon alle Unternehmen in den USA profitiert haben. Das waren natürlich die großen Steuersenkungen von Donald Trump. Dadurch ging es vielen auch ganz gut. Es hat mehr Unsicherheit gegeben in seiner ersten Amtszeit, aber dafür auch Deregulierung und weniger Steuern. Was können wir diesmal erwarten? Sehr wahrscheinlich noch härtere Handelskonflikte. Donald Trump will also jetzt allen Ernstes Strafzölle erheben von 10% auf alle Importe. Ein Schlag für den Welthandel, weil alle anderen Länder dann ja natürlich unvermeidlich auch Strafzölle einführen müssen auf US-Importe. Die einzigen, die davon irgendwie profitieren werden direkt, das sind eben US-Unternehmen, die ihren Umsatz hauptsächlich im Inland machen, auf dem amerikanischen Binnenmarkt und die dafür jetzt auch nicht viel importieren müssen. Was fällt einem sonst so ein als typische Donald-Trump-Aktien? Es sind natürlich fossile Energien, Öl, Kohle, Fracking-Gas. Donald Trump ist ja definitiv kein Klimaschützer. Das hängt aber auch von vielen anderen Sachen natürlich auch ab, wie sich die entwickeln. Also wenn Donald Trump jetzt gewinnt, dann steigt dadurch nicht automatisch der Ölpreis oder der Kohlepreis. Das war damals auch nicht so. Es geht dann wahrscheinlich eher um so Dinge wie neue Förderrechte und sowas, speziell im Kohlesektor. Und ein anderer Sektor, sagt man, der vielleicht auch profitieren könnte, das wäre der Bankensektor. Der kriegt dann nämlich wahrscheinlich 2025 weniger Regulierung. Und was ganz klar positiv ist für die amerikanischen Unternehmen, das sind sehr wahrscheinlich wieder niedrigere Steuern. Aber dafür kann man sich eine andere Sache schon mal abschminken. Donald Trump wird nämlich nicht versuchen, dass er die Verschuldung irgendwie im Griff kriegt. Unter Joe Biden sind die amerikanischen Schulden exzessiv gestiegen, haben wir hier oft behandelt. Aber sie sind eben auch unter Donald Trump schon exzessiv gestiegen und auch bei den Vorgängern von denen. Donald Trump hat damit seine Steuererhöhungen finanziert und die Schulden waren ihm völlig egal. Und was auch eine Gefahr ist, eine andere Gefahr, er wird sich wahrscheinlich einen anderen Notenbankchef suchen, der für ihn die Zinsen so weit unten hält, wie nur irgendwie möglich. Als Jerome Powell 2018, 2019 die Zinsen angehoben hat, weil die Inflation gestiegen ist, da hat er ihn massiv dafür angegriffen. Ist vielleicht kurzfristig gut für die Börsen, so ein anderer Notenbankenschef, aber es wird wahrscheinlich den Dollar sehr schwächen und es wird möglicherweise auch die Inflation wieder anheizen und das ist eine Gefahr. Tja, was soll man also halten von dem Ganzen jetzt? Natürlich werden jetzt wieder Horror-Szenarien an die Wand gemalt, wo ich sagen würde, ganz so hysterisch muss man es jetzt auch nicht alles sehen, das mit Donald Trump. Aber auf der anderen Seite und bei aller Liebe auch für eine konservative Agenda, aber Donald Trump ist natürlich vom ganzen Wesen her jetzt keine Figur, die in einer angegräblich aufgeklärten, reifen Demokratiepräsident werden sollte. Und das schon gar nicht zweimal. Und das sagt uns einiges über unsere Demokratien, weil in Europa ist ja auch schon nicht mehr viel anders. Wir haben ein schweres Versagen der Parteien, die anscheinend nichts mehr auf die Reihe kriegen, die anscheinend nichts mehr zu bieten haben. Wir haben noch ein viel größeres Versagen bei den Medien und zwar nicht nur bei den rechten Medien jetzt, die Donald Trump immer pushen permanent, sondern gerade eben auch bei den sogenannten linksliberalen Medien. Wenn ich vor jeder Wahl als Journalist ausschwärm ins arme Hinterland und Reportagen mache über die Trump-Wähler, die Dummen und was das für Loser sind, die es einfach nicht besser wissen, dann muss ich mich nicht wundern drüber, wen die dann wählen. Und 2015, da wäre die angemessene Berichtserstattung gewesen, Ach ja, und übrigens Donald Trump kandidiert auch noch. Aber so hat man es nicht gemacht, sondern man hat ja jede einzelne Dämlichkeit von ihm aufblasen müssen bis zur Staatstragödie. Damit hat man ihm eine unfassbare Aufmerksamkeit geschafft, aber klar, das bringt natürlich die Klicks, die großen Aufreger dann. Und er hat das hervorragend gemacht und gesteuert. Er hat provoziert und provoziert und hat sich aber gleichzeitig auch zum Opfer gemacht, was er zum Teil aber auch irgendwann mal wirklich war. Sie wollen Björn Höcke als Kanzler? Dann nehmen Sie ihm jetzt doch die Grundrechte einfach weg. Auch so ein Thema. Donald Trump hat es also geschafft, dass es in den USA jetzt fast nur noch darum geht, ob man für ihn ist oder gegen ihn ist, was an sich ja schon lachhaft ist. Und das dann aber auch noch mit einer Wut überall und mit einer Hysterie, das hätte vor 15, 20 Jahren keiner geglaubt. Und da haben wir inzwischen eben auch ein großes gesellschaftliches Problem, auch bei uns. Wenn man da immer diese schmerzensreichen Artikel sieht, Medienbeiträge so, ich kann mit meinen Eltern nicht mehr reden, ich kann mit meinen Freunden nicht mehr reden, weil die haben eine andere politische Meinung zu Corona, zu Putin, zum Klimaschutz. Ja, großer Gott, wenn wir so schon drauf sind inzwischen, dann kann uns auch keiner mehr helfen. Und das kann man dann auch nicht mehr nur auf die Parteien schieben und auf die Medien, sondern wir müssten da selber vielleicht auch alle mal wieder ein bisschen runterkommen. Es gibt eben andere Meinungen in der Demokratie. Und die Demokratie, die wird wahrscheinlich auch Donald Trump jetzt nochmal überleben, vier Jahre lang. Aber das hängt eben auch stark von den Gesellschaften ab hier im Westen, ob sie das überhaupt noch wollen. Und damit ist zu Donald Trump jetzt natürlich auch immer noch lang nicht alles gesagt. Und Sie werden das jetzt sicherlich auch nachholen in den Kommentaren. Ich bin gespannt drauf. Und ich habe auch das Gefühl, der wird hier auch noch öfter das Thema sein, jetzt in den nächsten Monaten. Vielleicht sind Sie dann ja wieder dabei als Kanalabonnent. Vielleicht zum Abo geht es, wie gesagt, hier unten. Es sind anstrengende Zeiten, in denen wir gerade sind, aber es sind ganz bestimmt keine langweilige Zeiten. Und wenn Sie jetzt aber noch die ultimative Trump-Aktie suchen, da habe ich auch noch was für Sie. Für diejenigen zumindest, die zu den wenigen Glücklichen gehören, die über ihren Broker Zugriff haben auf die chinesischen Inlandsbörsen. In Shenzhen, da gibt es die Aktie von Vicesoften, Entwickler von Software zur Flugverkehrskontrolle. Aber der chinesische Originalname von denen, der hört sich da so ähnlich an wie Trump gewinnt hoch. Und darum ist die Aktie 2015, 2016 dann auch hochgeschossen. Sie wissen ja, die abergläubigen Chinesen. Das ist der 10-Jahres-Chart von Reuters. Im Moment ist die Aktie noch in der Seitwärtsbewegung, in der Langen. Vielleicht schießt sie dieses Jahr dann ja wieder hoch, wenn Donald Trump gewinnt. Dann hat wenigstens irgendwer noch irgendwas von dem ganzen Wahnsinn. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.